Sein Schwert Verstecken ist gut jetzt schlönt die Feuer wieder an ist das schlecht nein 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 so darf das jetzt nicht enden nicht mehr da was jetzt sind die am ist Nuts. Müssen wir sein Schwert auspusten oder... Wir müssen sein Schwert noch auspusten. Nein, hier nicht. Ganz woanders. Ver-verficktes Schwert. Du bist allein. Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Du hast keinen Bock, du hast keinen Bock, du hast keinen Bock. Nein, dreckig. In der zweiten Runde. Jetzt fangen wir natürlich wieder von vorne an. Holy shit. Ach, zweite Runde jetzt schon. Boah, shit. Ich zittre gerade echt am ganzen Körper. Wo treibt ihr euch um? Es ist nicht leicht im Schatten des Trägers zu leben, oder Visier? Ich kann dir diese Würde nicht. Jetzt können wir dein verdammtes Schwert ausschalten. Der macht das Licht ja wieder an, so vor als wenn wir... Und da steht auch... Holy, holy, holy shit. Pfff... Was für eine Scheiße geht hier ab? Dann spielen wir! Auf Augenhöhe! Nee, ich will nicht mehr spielen. Die Ordner, Mieschen. Er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Aber wie? Hey, steh! Bleib stehen! Ach, was? das schwert ich habe doch gesagt dass ich finde wie soll was kriegen wir sollen wir sein verdammtes schwert auskriegen also schwert ausgeschaltet von wegen das hat ja sehr gut gehabt ist Keloan entkommen wo ist der oh shit was wollt ihr schon ausrichten wir seiten stehen bleiben bleibt stehen schweig ich mich auch erfolgreich scheiße 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 da wird das nie was da wird das nie was mit zwei fingern mit zwei fingern kriegen wir es nicht hin nein 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 kein zeug mehr das ist schlecht schlecht nicht sie sind schnell stufe drei die die Jetzt brennt der ganze Typen fest. Gott, das ist wahrscheinlich noch nicht der finale Bosskampf. Jetzt ist aber eine brennende Fackel, die wir nicht übersehen können. Immer da, wo du nicht bist. Erstmal verstecken. Ach du Scheiße. Ich werde euch lehren, was es heißt, sich zu opfern. Ja bestimmt, aber dann hast du. Na toll. Geben die Fackel. Das war ja sehr erfolgreich. Schönes Bild wenigstens. Schönes Bild. Ich wollte eigentlich heute nicht so lange machen, aber den Kampf kriegen wir noch heute hin. Na toll, natürlich habe ich jetzt gerade nichts dabei. Das hätten wir so leicht machen können. Das wäre schlecht. Wie können wir die denn löschen? Wie? Ach, leck mich. Leck mich am Sack. Wir werden sterben. Ja sicher. Dich leben, da verpistet man noch nicht aus. Wie viele Dinge braucht es, um ihn auszuschalten. Das wird schmerzhaft. Wir werden das nächste Mal weiter spielen. Nichts. Sie sind schnell. Wie Kakerladen. Das ist das Ende. Mein Puls ist gerade auf 180. 280. Es muss doch hier irgendwo sein. Gib mir eine Minute Zeit. Wie? Warum? 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 Wie rum? Was ist das? Warum kriegen wir den hier ausgeknipst? Okay, es ist einer. Na Scheiße! Wie können wir es von ihm verstecken? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Wir haben uns auch sofort gespottet. Das ist ja... Sofort hat er uns und sofort müssen wir hier weg. Wir haben nicht mehr Milizum. Er ist zu gut. Wie knipsst du meine... Wie knipsst du meine brennende Fackel aus? Mensch, nicht Fackel. Schnell, wie Kakelan. Ich bring euer Blut zum Kochen, bis es aus unseren Augen spritzt. Hm, ja, das glaube ich. Nein, 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 nein. Ah, fast, fast. Gar nicht da. Ich werde euch lehren. Was es heißt, sich zu opfern? Ich komme. Ich versuche den erst mal auszuschalten. Der Schmerz, das ist das Ende. Nichts. Sie sind schnell. Wie Kakelan. Wir müssen irgendwo auf der anderen Seite finden. Wie? Wie schaffen wir es ungesehen auf der anderen Seite? Scheinbar gar nicht. Löschen. Löschen können wir ihn auch nicht. Wir erst mal raus und löschen. Danach können wir... Machen wir das nächste Mal, machen wir es das nächste Mal, machen wir es das nächste Mal. Für heute bin ich wirklich mit den Nerven am Ende. Sei es drum. Machen wir es nochmal von Anfang an. Wenn es denn sein muss. Ich bin am Ende. Ah ja, okay. Dritte Stufe. Spiel ist nett. Und das Finale ist nett gar nicht nett. Okay, ich erzähle. Okay, kurz mal. Boah, wir löschen ja da wohl Steine für. Abhauen. Das lange ist noch keiner... Oh, keiner. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Ich bring euer Blut zum Kochen, bis es aus euren Augen spritzt. Kommt zu mir. Kommt in meine Arme, Iper. Oh, das wird schmerzhaft. Für dich vielleicht. Nichts. Das sind die Sachen, die wir brauchen. So, wo ist der? Da drüben, Messer. Aus irgendeinem Grund kriegen wir die nicht aus. Ist das ein Bug, oder? Müssen wir vielleicht erstmal die Feuer ausschießen. Das zündet sich neu wieder an. Das zündet sich neu wieder an. Wir brauchen was für ein Zeugs. Was werdet ihr jetzt tun, Herr? Das zündet sich neu wieder an. Wir brauchen mindestens 10. Was werdet ihr jetzt tun, Herr? Erstmal zurück sammeln. Oh, scheiße. Wir können ja direkt an ihm vorbeilaufen. Ah, da ist er. Na toll. 10 Stück Das ist ja prinzipiell Wasserbomben Jetzt ist er alleine Ach kacke, erzähl mir nichts Aus irgendeinem Grund kriegen wir den nicht ausgeschaltet Ich habe es mir in einem Workflow nochmal angeguckt Es muss theoretisch möglich sein Wir müssen ihn in der dritten Stufe auch auskriegen Das ist das Ende 102 Hier brennt noch nichts Alles Wir haben vielleicht Null Jetzt fängt da wieder Sachen an Ah, sehr schön Das wird schmerzhaft Okay, jetzt aus Jetzt müssten wir eigentlich Verdammt Das war ja sehr effektiv Okay, wir können also ausschießen Sie müssen doch hier irgendwo sein Und jetzt sind wir in der Racken Vielleicht kommen wir jetzt in der Rackenkraft Sehr gut Sehr gut Das war die dritte Stufe, also wird es auf sein Ende sein Sehr gut Haben wir es geschafft Endlich Das war ja Hm Hm Ich töte sie Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner Mary, das schaffst du nicht Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden Wir alle Sie haben meinen Bruder Deinen Vater Euren Wir haben nichts mehr Nichts! Sie hat recht Amicia Das ist Wahnsinn Wir sind fünf Gegen Gegen eine Armee Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind Hat Er die Schwelle überschritten? Ja Ich denke schon Ugo Was willst du? Ich will Mama retten Das ändert natürlich alles Selbst wenn wir sterben Was haben wir zu verlieren? Wir Nichts Ich will Mama retten Das ändert natürlich alles Dann lass uns gehen Ich weiß das war nicht Das hat nicht ganz gepasst Auf den Tod Ja gut Ich bin Mama Ich bin Mama Untertitelung des ZDF, 2020